Ich würde Sie gerne bitten, wer sind Sie und was machen Sie? Mein Name ist Simon Rolf Alkan, ich bin Gründer und Geschäftsführer von AX Semantics, einer Software, mit der automatisierte Texte erstellt werden, durch den Autoren selbst. Und das machen wir in den Medien und im E-Commerce vor allem. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, 2016 war das noch bedrohlich. Da hatte man den Eindruck, man muss das jetzt mal ein bisschen transparent machen. Was ist überhaupt Roboterjournalismus? Nehmen uns hier irgendwelche Blechkameraden die Arbeit weg? Damals war es so, dass Sportmitteilung und Wetterbericht so das Vorzeigebeispiel war, was Roboterjournalismus kann, nämlich aus Daten verständliche Texte zu schreiben, ohne dass, ich sag mal, Journalisten mit diesem ewigen Datenkonvolut ständig immer umgehen müssen und dadurch Freiraum hatten, kreative Texte in anderen Bereichen zu schreiben. Wo sind wir heute? Was ist das Anwendungsgebiet, was Sie Kunden empfehlen für den ersten Einsatz? Also interessanterweise ist es ganz vielschichtig. Es ist gar nicht so, dass wir eine Anwendung haben und alle machen Fußball beispielsweise, sondern wir haben ein News.de aus Leipzig, die machen tatsächlich Fußball, auch ganz erfolgreich, haben wir heute gehört, wirtschaftlich sogar schon mit Ertrag in diesem Bereich, aber auch Fernsehmeldungen, also Programmankündigungen, Wiederholungsankündigungen, wo kann ich eine verpasste Sendung sehen. Wir haben eine APA, österreichische Nachrichtenagentur, die die Wahlberichterstattung automatisiert hat, werden in Österreich dieses Jahr schon vier Wahlen durch die vorgezogenen Wahlen in Österreich eben und dann die entsprechenden Wahlen beispielsweise in Vorarlberg. Und wir haben die Stuttgarter Zeitung, die sogar mit eigenen Daten, die zugeliefert werden zum Thema Feinstaub, die Feinstaubberichterstattung in Stuttgart automatisiert haben und damit ja letztes Jahr auch einen journalistischen Preis gewonnen haben. Also das Thema Qualität, Vielschichtigkeit. Ich glaube, wir sind da an einem Punkt angekommen, wo wir das erste Mal ein bisschen durchatmen dürfen und sagen dürfen, das ist da, es wird von Redaktionen genutzt, es gibt sinnvolle Anwendungen und es gibt vor allen Dingen von Lesern die Bereitschaft, sich damit auch auseinanderzusetzen inhaltlich. Künstliche Intelligenz ist ja ein Marketingbegriff, damit kann man nicht so viel anfangen, wenn man wissen will, was passiert im Hintergrund. Am Anfang sind die Daten und aus diesen Daten wird dann etwas generiert auf Basis menschlicher Schreibweise. Für mich ist jetzt interessant, wo setzen Sie eigentlich tatsächlich an, weil vieles kann man dazu kaufen, Spracherkennung oder Texterkennung, das ist ja kein Zauberwerk mehr. Haben Sie die besten Journalisten des Landes gewinnen können, Texte zu schreiben und anhand dieser Muster werden dann die anderen Texte geschrieben oder wo kommt die Intelligenz bei Ihnen rein? Selbst wenn ich die besten Journalisten dieses Landes hätte, als Mitarbeiter, was ich übrigens sehr gerne tun würde, würde es nicht ausreichen, um das, was die Kunden, was die Verlage, die Medienhäuser abdecken wollen, tatsächlich abzudecken. Ich glaube, es ist ganz entscheidend zu verstehen, dass wir nur eine Plattform anbieten, auf der diese Arbeit der Automatisierung durch den Journalisten ihres Vertrauens hat. Also nehmen wir an, in Ihrem Haus wären Sie wahrscheinlich der Journalist, den Sie am meisten vertrauen, würden das dann auch gerne selbst tun. Aber es klingt dann eben auch so, wie Sie es stilistisch aufgearbeitet hätten, wie Sie Ihre Tonalität in die Texte einbringen. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen diese Angst, schreibt eine Maschine unkontrolliert etwas, wo ich gar keinen Einblick habe in den Algorithmus? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir erweitern die Möglichkeiten eines Journalisten. Wenn Sie so wollen, haben Sie nicht mehr zwei Hände, sondern vielleicht 20 Hände und sind in der Lage, am Tag nicht mehr einen Artikel oder zwei Artikel zu schreiben, sondern vielleicht 50 Artikel zu schreiben, weil Sie eben eine Maschine trainiert haben, auf Basis von Daten Ihre Tätigkeit einfach zu erweitern. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Aspekt dabei, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz Ihr Know-how nutzt, um gesteuert zu werden und dann Ihre Arbeit verrichtet, indem Sie grammatikalisch automatisiert, indem Sie Daten auswertet, indem Sie über neuronale Netze dann tatsächlich auch Mehrsprachigkeit ermöglicht für Journalisten. Ich glaube, das ist dieser ganz wichtige Aspekt. Ich brauche den guten Journalisten, der die Maschine trainiert. Und das ist tatsächlich dann Aufgabe der Redaktion, anhand der Software so eine Maschine. Wie lange dann zu trainieren? Was ist so die normale Einarbeitungszeit? Also wir kommen immer weiter runter. Wir machen ja alle halbe Jahre eine Evaluierung des Trainingssystems, das wir haben. Also wir haben ein eigenes Trainingsteam, das die Trainings entwickelt, um Redakteure da heranzuführen. Wir sind jetzt angekommen bei knapp vier Stunden Nettoaufwand in der Ausbildung. Wir waren mal bei zwei Tagen, als wir uns kennengelernt haben. Da kann ich mich noch erinnern, waren es über zwei Tage. Und die Projektdauern sind gesunken von 22 Tagen bis erste Veröffentlichung eines Artikels auf zwei Tage. Die Software ist komfortabler geworden. Das ist eben das. Es entwickelt sich ja alles weiter. Also ein Software-System von vor zwei Jahren. Wir haben zwei Jahre lang weiterentwickelt. Wir haben Kunden eingesammelt, deren Erfahrungen eingesammelt und haben das System entsprechend weiterentwickelt, um eben näher an die eigentliche Arbeit des Redakteurs zu kommen und weg von den technischen Aufgaben hin zu wirklich inhaltlichen Aufgaben. Und ich darf da auch meinem Technikteam Danke sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen an der Stelle. Ich habe sozusagen auch die Softwareentwicklung aus einer anderen Perspektive, jetzt nicht Roboterjournalismus, aber ich habe sehr früh angefangen mit Spracherkennung, weil ich immer zu faul war, Interviews abzuschreiben. Und habe dann anfänglich, als ich merkte, dass das noch sehr holpert, so eine Art Simultandolmetschung gemacht. Also ich habe praktisch der Maschine diktiert, was ich gerade höre, nämlich mein eigenes Interview. Und habe dann erstmal mitbekommen, wie anstrengend überhaupt Simultandolmetschen ist, auch wenn es nur deutsch ist. Also eins zu eins reins zu diktieren, aber habe dann natürlich gemerkt am Anfang, wie viel Irritation noch diese Maschine hat beim Erkennen meiner Sprache, obwohl sie darauf trainiert war. Beispiel aus dem Wort Stasi wurde Stausee, weil irgendwie die Maschine das nie gelernt hat, dass es diese Abkürzungen für das Ministerium für Staatssicherheit gab. Es war aber schon nach der Wende. Und jetzt ist das problemlos. Jetzt werden auch die Trainierungsphasen immer kürzer. Allerdings bemerkt man dann zum Beispiel bei Siri, wenn Nachrichten laufen zum Syrienkrieg, dass sich die irgendwie dann selber aktivieren. Also da gibt es immer noch Fehler. Worauf ich hinaus will, wie stark muss man das kontrollieren, was ihre Roboter tatsächlich generieren wiederum? Also brauche ich dann nochmal einen Redakteur, der über alle Roboter-Texte rübergeht? Oder kann man diesen Texten vertrauen? Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir über künstliche Intelligenzen sprechen, autonomes Fahren hat auch noch Probleme. Wir werden da auch noch eine ganze Zeit weiter trainieren müssen und die Systeme immer besser machen. Fakt ist, je enger der Kontext ist, in dem Sie eine KI verwenden, umso besser funktioniert die. Das ist ja klar. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir haben hier einen Datensatz aus dem Basketball, aus dem Fußball oder einen Börsendatensatz. Bitte schreibt mir dazu einen Börsenbericht. Der liest sich wie folgt. Dann ist der Kontext, in dem die Maschine die Daten betrachtet, ja bezogen auf diese Börsenberichterstattung, die Sie selbst trainiert haben. Wenn wir jetzt eine Siri im Betrieb haben und natürlich ist der Kontext, erkenne aus jeglicher Sprache, die dich erreicht, das Wort Siri. Und natürlich steckt in Syrien irgendwie auch das Wort Siri, sodass die Maschine sich angesprochen fühlt, ist der Kontext sehr weit, sehr breit. Jede Sprache, die bei mir ankommt, wird verarbeitet. Und insofern reagiert die Künstliche Intelligenz da richtig, aber aus unserer Sicht falsch. Das heißt, unsere Erwartungshaltung wäre gewesen, nee Quatsch, das war ja Syrien, nicht Siri, du darfst nicht reagieren. Je enger der Kontext ist, umso besser ist es. Also ich glaube, wenn wir im automatisierten Texten und speziell jetzt in dem Bereich unterwegs sind, in dem unsere Kunden die Software verwenden, sind wir, was die Fehler betrifft, wirklich gut. Ich will sogar sehr gut. Gut, es bleibt ein Problem und ich glaube, das ist wichtig, die Daten müssen gut sein. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Fußballspiel endet 5 zu 0 und durch einen Übertragungsfehler oder weil ein Datentipp ist, die Daten falsch erfasst, erhalten wir ein 0 zu 5. Das ist ein dramatisch anderer Spielbericht. Einmal sprechen wir von einer Heimniederlage und einmal sprechen wir von einem Heimsieg. Das beschreibt zwei ganz unterschiedliche Dinge, auch in dem Erzählstil, den die Software nachher wählt. Und ich glaube, da müssen wir uns nochmal so ein bisschen sortieren, wie eng oder weit ist der Kontext und woher kommen die Daten und welche Qualität haben die. Übrigens auch eine neue Aufgabe in der journalistischen Recherche. Wir sehen ja auch gerade eine Veränderung in den Prozessen, ob das jetzt der Feedback-Prozess ist, der sich verändert oder auch der Recherche-Prozess, der sich verändert. Also wo kommen die Daten her und welche Qualität haben die, wäre dann eine zentrale Frage auch für die Qualität der Texte am Ende. Das war jetzt ein Problem, gerade in einer Diskussion über Wetterdaten beim RBB. Da gab es die Kritik von Jörg Kachelmann, dass die ausgeworfenen Werte nicht alle von Messstationen kommen, sondern dass da Computer irgendwas interpolieren, irgendwas hochrechnen für Gebiete, wo man es machen kann, nach Ansicht des Wetterdienstleisters des RBB. Aber wo sich dann in der Praxis dann mitunter bei extremen Witterungsbedingungen oder in den Morgenstunden doch größere Differenzen auftun. Und wenn man dann tatsächlich den Roboter ranlässt und sagt, ihr müsst gar nicht die Scheiben kratzen frühmorgens vor eurer Haustür. Aber man muss es, nur weil die Wetterdaten nicht 100 Prozent stimmen. Was einem, sag ich mal, im normalen Alltag nicht auffällt, ob es 6 Grad sind oder nur 3 Grad, weil die gefühlte Temperatur ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Aber beim Scheibenkratzen merkt man es dann. Aber das ist zumindest in ihrem Bewusstsein, also auch in dem Bewusstsein der Kunden, die sich ihrer Software bedienen. Aber dennoch kann es doch gefährlich sein, das 1 zu 1 zum Beispiel online einfach nur zu übersetzen. Gibt es da nochmal irgendeinen Filter, wo ein Mensch drauf gucken sollte, ihrer Erfahrung nach? Oder kann man das vernachlässigen, weil der Fehler irgendwie bei 0,01 liegt? Also interessant ist ja, dass Sie selbst die Maschine trainieren. Und durch ein iteratives Vorgehen, das heißt, Sie drehen ja Schleifen über Ihre eigenen Trainings. Das heißt, Sie machen den ersten Wurf, schauen sich den ersten Text an, Sie schauen sich den zehnten Text an, den fünfundzwanzigsten. Und irgendwann machen Sie mal 100 Texte und lesen davon 10 oder 15 Korrektur. Und wenn Sie dann 1000 generieren und davon 20 Korrektur lesen, dann haben wir allein über statistische Verfahren so einen kleinen Fehleranteil innerhalb der Texte, dass der tatsächlich vernachlässigbar ist, aus unserer Erfahrung. Und was sind die größten Fehler? Eher grammatikanische Geschichten? Oder tatsächlich, dass da irgendwie Sinnentstelltes transportiert wird? Nein, Sinnentstellen ist es nie. Grammatikalisch ist ganz oft ein Thema. Die Maschine erkennt ja beispielsweise in dem Urtext, den sie schreibt. Also die Arbeitsweise ist ja, dass Sie einen Datensatz haben. Bleiben wir mal bei Beispiel Wetter. Sie haben die Tageshöchsttemperatur, Windgeschwindigkeiten und Niederschlagswahrscheinlichkeit. Und schreiben dazu einen Text. Leider wird es heute regnen, weil 80 Prozent Wahrscheinlichkeit heißt für Sie, es wird regnen. Das legen Sie fest. Und wir bekommen dann den Satz, natürlich wissen wir inhaltlich, es wird regnen. Und dann kann es passieren, dass aufgrund eines Regelwerks aus dem Wird ein Werden wird. So, und mit dem Werden sind wir grammatikalisch falsch aufgestellt. Der Satz klingt auf einmal etwas komisch, sieht aus wie ein Tippfehler. Aber tatsächlich ist einfach ein grammatisches Missverständnis entstanden und damit dann auch dieser falsche, wenn Sie so wollen, falsche Text. Ich finde immer schön, wie oft wir diskutieren, ob die Maschine denn immer diesen Qualitätsanspruch, den deutsche Redaktionen im Besonderen und deutsche Tageszeitungsredaktionen ganz besonders haben, gerecht werden. Ich habe vor ein paar Monaten ein Beispiel entdeckt aus einem Nachrichtenartikel oder aus einem Wetterbericht aus Nordrhein-Westfalen. Da war die Zeile, lassen Sie mich ganz kurz überlegen, nachts scheint die Sonne eher selten. Ja, definitiv vor Menschen geschrieben und der gröbste Unfug, den ich je gehört habe. Also da sind wir weder inhaltlich korrekt, noch kann ich das als verantwortliche Redaktion rauslassen. Aber es stand halt in der gedruckten Zeitung. Also das, wo wir alle der Meinung sind, das müsste so der höchste deutsche Journalismus sein, lese ich so einen Satz. Wir machen alle Fehler. Eine Maschine, die von Menschen trainiert wird, kann mit Fehlern trainiert sein. Die macht vielleicht mal Grammatikfehler. Das Spannende daran ist, wenn Sie diesen Fehler einmal beseitigen, Sie entdecken den in einem Text, Sie entfernen den, macht die Maschine diesen Fehler nie wieder. Und ich kenne genügend Menschen, denen ich sage, ich spreche von meinem Sohn, bitte tu das nicht. Wie lange dauert es, bis es tatsächlich nicht mehr tut? Ja, man merkt es ja an solchen banalen Geschichten. Man tippt irgendwas, wie ich jetzt gerade bei den Medientagen habe das Wort Algorithmus. Mit einem Haar zu viel geschrieben, schon kriegt man natürlich Feedback. Das ist ja alles in Ordnung. Aber wie schwach man eigentlich selber aufgestellt ist, nicht fehlerlos ist. Aber bei einer Maschine nimmt man es insofern übel, weil es bedeutet Kontrollverlust erstens. Und zweitens ist das so eine Geschichte, wozu brauche ich eine Maschine, wenn die genauso viele Fehler macht wie ich? Also dieses, auch was dahinter steckt, profitorientierten Journalismus vielleicht zu machen oder, ich sage mal, auch tatsächlich Routinearbeit wegzunehmen, geht dann eben doch nicht. Dafür sollten dann vielleicht doch Menschen eine Tätigkeit ausüben. Und was dann so ethisch dazu kommt einfach, dass man auch vielleicht Redaktionen dadurch ausdünnt, die Kommunikationshäufigkeit, das Interagieren geht runter. Man fühlt sich im Großraumbüro mit weniger Leuten dann plötzlich einsamer und vereinzelt dann auch im Journalismus. Also psychische Probleme spielen vielleicht eine Rolle. Also ich kann das nachvollziehen, aber was mich wieder überzeugt ist, tatsächlich eine Maschine macht einen Fehler nur einmal, wenn man diesen erkennt und dann nie wieder. Aber wie ist das jetzt, anders als beim Auto, wo ja ein Fehler mitunter tödlich ist, streuen sich vielleicht auch vielleicht Fehler ein, so wie man lange Zeit, nachdem die CD-Produktion erfolgreich lief, aber merkte, das klingt zu klinisch und hat dann so Plattenknistern wieder eingearbeitet, damit es menschlicher wird. Also gibt es auch sowas, dass Sie bewusst Fehler einarbeiten? Also wir machen das nicht. Wir stellen ja die Plattform zur Verfügung. Wir haben aktuell fast tausend Anwender, die auf der Plattform arbeiten. Das könnte schon eine Idee sein. Witzigerweise habe ich aus dem Radioumfeld sowas gehört, wo Kollegen von Ihnen die nächtlichen Verkehrsmeldungen automatisieren und Papierrascheln und Atemgeräusche unter die Roboterstimme legen. Also das hat jetzt nichts mit uns zu tun, weil wir generieren ja nur den Text, aber unter die Sprachausgabe wird sowas gemischt. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn wir Kunden hätten, die versuchen durch einen Tippfehler oder durch eine... Oder Dialekte? Auch eine spannende Frage. Also österreichisch oder schweizerdeutsch können wir generieren tatsächlich. Ich habe es jetzt noch nicht probiert in bayerisch und schwäbisch, wobei das Schwäbische mir näher liegt. Aber faktisch müsste man schauen, wenn sowas gewünscht wird, ob sowas möglich ist. Die Frage für mich ist, dass es eine ganz interessante Untersuchung ja aus den USA gibt. Je menschlicher ein Roboter aussieht, umso stärker erschrecken wir. Also sieht der Roboter so halbmenschlich aus, ist es tatsächlich so, dass wir das sehr gerne annehmen und auch den als Assistenten akzeptieren oder als Hilfestellung. Wir bleiben jetzt beim Pflegebereich, was in Japan ja ganz groß ist, das Thema. Und haben ein gutes Gefühl. Sieht aber aus wie ein Mensch. Das wurde anhand von Prothesen getestet. Je menschlicher diese Prothese wird und sie berühren dann diese Hand. Also sie erkennen jetzt, das ist ein Fake sozusagen. Umso größer ist das Schreckmoment und umso größer ist die Abwehr dagegen. Also die Frage wäre, tut sich sozusagen eine Redaktion was Gutes, menschliche Fehler in den Text zu generieren, um Menschlichkeit zu simulieren und damit Fehler des Menschen nachzuahmen, um den Roboter zu tarnen oder menschlicher wirken zu lassen? Oder ist das eher kontraproduktiv? Wäre übrigens eine spannende Masterarbeit oder Doktorarbeit für jemanden an der Uni. Falls uns jemand zuhört heute, dann ist der herzlich eingeladen, das mal zu untersuchen, ob das nicht sogar kontraproduktiv wäre. Ja, ja, ich habe mich sofort an Stanley Kubricks Odyssey 2001 an, dann mit Hell. Ja, absolut, das kann ich leider nicht tun. Der sozusagen die menschliche Schwäche der Vernichtung übernommen hat, um dann selbst die Macht zu übernehmen. Aber das geht mit Texten ja glücklicherweise nicht, dass dann plötzlich die Computerroboter den Verleger übernehmen und die Zeitung selber rausbringen. Habe ich noch nicht gehört. Das ist aber nochmal eine interessante Vision. Aber kommen wir nochmal zurück. Vor zwei Jahren haben Sie gesagt, dass der große Vorteil der damaligen technischen Entwicklung war, dass Sie Daten sehr granulieren sagten. Sie runterbrechen können auf lokale Anwendungen, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, diese Daten menschlich rauszuwerfen. Weil, ich sage mal, das Dorf eben nur 30 Einwohner hat, aber die Fußballmannschaft trotzdem mit der freiwilligen Feuerwehr im Nachbarort gespielt hat. Und warum sollen die nicht auch einen Spielbericht bekommen, auch wenn er vom Roboter geschrieben ist? Wie sieht es denn da tatsächlich aus? Also ist das ein Anwendungsgebiet, mit dem Sie Kunden gewinnen? Oder sagen die sich, nee, also Routinarbeit ist uns viel wichtiger, zum Beispiel das Übersetzen von deutschen Artikeln ins Englische, damit wir auch unseren Markt erweitern können? Also wir haben, wenn ich mir das anschaue, bei der österreichischen Nachrichtenagentur, das ist runtergebrochen, wirklich ganz granular auf einen einzelnen Wahlbezirk. Das einzelne Wahllokal sozusagen, die Ergebnisse runtergebrochen auf die einzelne Gemeinde. Ich habe viele Texte generiert, die übrigens von den angeschlossenen Medienhäusern gerne entgegengenommen werden, weil ich zum ersten Mal innerhalb von Sekunden nach der Hochrechnung, nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis und dem endgültigen amtlichen Wahlergebnis, Sekunden später im Prinzip für jede Gemeinde in meinem Verbreitungsgebiet einen echten Wahlbericht habe. Und auch wenn da nur 30 Menschen leben, die haben abgestimmt. Und ich will wissen, wir haben diese 30 Menschen, prozentual zumindest, nicht im Einzelnen, aber wir haben diese 30 Menschen in diesem Dorf beispielsweise gewählt. Bei der Stuttgarter Zeitung der Ansatz ist ja auch ein hyperlokaler. Ich schaue mir an, wie ist der Feinstaub, die Feinstaubbelastung in den einzelnen Stadtteilen. Also auch da eher dieser hyperlokale Ansatz. Interessant ist, dass News.de wiederum mit den Fußballberichten aus den obersten drei Ligen, also Bundesliga 1, 2 und eben die dritte Liga, durchaus Traffic generiert und Umsätze generiert, also Werbeeinnahmen generiert, in einem Feld, mit dem sie sich vor dem Roboterjournalismus nie auseinandergesetzt haben. Und jetzt aber tatsächlich ein wirtschaftlich tragfähiges Modell haben und diese Texte auch genügend anzeigen, Umsätze generieren, um den Einsatz der Maschine und des Personals dahinter zu refinanzieren. Also auch da glaube ich, es gibt nicht das Allheilmittel. Wenn ein Verlag Lücken hat, die er entdeckt, die er durch eine Maschine schließen kann, zusätzlichen Content produzieren. Also bei News.de ist es genau so, dass es vorher keine Fußballberichterstattung gab. Es gab auch vorher keine Fernsehberichte. Die Redaktion ist gleich groß geblieben. Man hat noch zusätzlich Leute eingestellt, um diesen automatisierten Journalismus zu machen und hat mit den neuen Texten, die ich vorher nicht publiziert habe, neue Lesergruppen erschlossen und neue Umsatzmodelle sich erschlossen. Also Sie haben schon mehrere Module, die man dann entsprechend der Bedürfnisse in den Vordergrund schieben kann. Das muss aber dann wiederum so preiswert sein, dass es sich lohnt. Dass das nicht eher dann dazu führt, dass man Mehrkosten hat, obwohl man einen höheren Service hat. Die Anzeigenpreise gehen ja auch nicht nach oben. Merken Sie da in Verkaufsgesprächen, dass die Leute dann eher reserviert sind, wenn Sie Ihre Preisliste sehen? Nein, es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also sobald man das Wort künstliche Intelligenz hört, geht man von Millionenbeträgen aus, die da investiert werden müssen. Die haben wir investiert und haben diese Software entwickelt. Für uns war wichtig, einen breiten Zugang zu ermöglichen in die Software. Wie gesagt, wir haben jetzt 1000 User, die auf der Plattform arbeiten. Und die Software kostet 279 Euro pro Monat, ist monatlich kündbar. Also im Augenblick ist nicht der finanzielle Aspekt der Hauptaspekt, warum Verlage da nicht einsteigen, sondern der Hauptaspekt ist die Angst vor dieser Technologie, den damit einhergehenden Veränderungsprozessen, den damit einhergehenden Ängsten um den eigenen Arbeitsplatz oder den Arbeitsplatz von Kollegen. Und was ich im Augenblick wirklich versuche, ist zu ermutigen, das auszuprobieren. Also der Schaden ist ja, wenn Sie es monatlich kündigen können, wirklich überschaubar und begrenzt im Zweifelsfall. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass zu viele Journalisten und zu viele Medienhäuser sich ein Urteil erlauben. Und das in dem Berufsbild, Entschuldigung, wo ja Offenheit gepredigt wird. Sei offen, schau dir alles an, stell die richtigen Fragen, wechsel die Perspektive. Man wechselt die Perspektive nicht, man geht nicht offen heran, sondern man geht vorurteilsbelastet in so ein Gespräch oder in die Betrachtung und sagt so, Roboterjournalismus kann nichts sein, weil das, was ich kann, kann keiner. Und de facto müssen wir uns in allen Berufsgruppen damit beschäftigen. Da sagen ganz viele Menschen, das, was ich kann, kann keiner und keine Maschine. Und wir werden da noch einen großen Umbruch erleben, was neue Berufsbilder schafft, was aber auch bedeutet für mich als Arbeitnehmer, ich muss mich dem anpassen. Also ich kann heute als junger Mensch nicht mehr davon ausgehen, wenn ich mit 25 eine Ausbildung abgeschlossen habe und dann in einem Medienhaus angestellt bin und Journalist bin, dass ich am Ende meiner Karriere immer noch Sportberichte schreibe. Vielleicht mache ich bis dahin was völlig anderes und muss in meinem Leben noch zwei- oder dreimal umlernen, bevor ich dann tatsächlich in Richtung Rente denken kann und dann auch beruflich ausscheide. Ich glaube, dieser eine Beruf, den wird es nicht mehr geben. Das ist aber eher eine Allgemeinentwicklung und hat nicht nur was mit uns zu tun. Die klassische Frage zum Schluss, die ich auch das letzte Mal gestellt habe, wenn wir uns wieder treffen auf den Medientagen München zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren, wovon träumen Sie jetzt und was wird dann Realität sein? Die aktuellste Entwicklung, die mich erreicht hat, ist der Gedanke, so ein hybrides Redaktionsmodell, also Mischung Mensch-Maschine in einem Redaktionsraum, in einem Newsraum, beeinflusst unsere Arbeitsprozesse. Das ist das, was ich gerade wahrnehme. Wir haben ganz viele Kunden, die so im Prototypenstatus gestartet sind, ausprobiert haben und jetzt in einen Regelbetrieb übergehen mit dem automatischen Schreiben. Und da sehen wir im Augenblick so einen Wandel in den redaktionellen Prozessen. Ein Umdenken, wir müssen Feedback anders einarbeiten, das hat Einfluss auf den Algorithmus. Wir müssen aber auch Recherche anders denken. Während wir heute ja so ein, wenn wir uns das im redaktionellen Arbeitsfluss anschauen, und dann beginnt chronologisch alles mit Themenfindung und dann mit der Recherche dazu. Und dieser Rechercheprozess endet zu einem Zeitpunkt, wo ich mit Schreiben beginne und dann kommt die Publikation am Ende. Und dieser Rechercheprozess ist plötzlich nicht mehr zu Ende, sondern wenn ich Feinstaubtexte beispielsweise automatisiert betexte, die EU den Grenzwert ändert für Feinstaubbelastung, dann muss ich im Algorithmus meine Recherche, wenn Sie so wollen, verändern, den Algorithmus nachtrainieren und sagen, Achtung, der Wert ist jetzt niedriger. Das ist das eine. Und das andere ist beispielsweise, wir bekommen heute Leser-Feedback oder Zuschauer-Feedback und antworten, weil das Feedback beispielsweise richtig ist, und antworten dann dem Leser mit, hey, vielen Dank für den wichtigen Hinweis, ich achte in Zukunft drauf, das war wirklich eine wertvolle Information für mich. Dann ist der Feedback-Prozess für uns heute abgeschlossen. In der Zukunft wird es so sein, dass wir viel mehr darüber nachdenken müssen, so, der hat einen Fehler entdeckt oder der hat inhaltlich was kritisiert, wo ich ihm Recht gebe. Ich muss ja wieder den Algorithmus nachtrainieren. Das heißt, ich schreibe dem zunächst die E-Mail, vielen Dank für den wichtigen Input, und dann setze ich mich hin und muss im Algorithmus oder in den Daten irgendwas nachkorrigieren, damit der Fehler in Zukunft nicht wieder auftritt. Und diese Prozesse verändern sich aus meiner Sicht viel stärker, je mehr wir diese Technologie einsetzen. Vielleicht mag das den Medienexperten längst bewusst gewesen sein. Mir war es nicht bewusst, das ist das, was ich gerade sehe. Und ich glaube, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wir über das Thema Prozesse sprechen und uns dann auch anschauen, wie die Redaktionen mit den Systemen arbeiten, wird das wahrscheinlich längst etabliert sein. Und das ist so ein bisschen der Zukunftsblick, den ich habe. Wir werden erkennen, wir brauchen andere Prozesse, wir haben andere Rollen, damit auch andere Berufsbilder. Das wird sich nochmal deutlich verändern und in zwei Jahren schon Gesicht zeigen, da bin ich mir sicher. Also wird das auch so sein, dass der uralte Satz gilt, lernen, lerne, nochmals lernen, auch für Maschinen? Absolut. Deswegen nennt sich es Machine Learning oder Training. Ich habe bisher immer gelernt, never change a running system. Da ist auch viel Wahres drin, aber es bleibt natürlich dabei. Also der Algorithmus muss nachtrainiert werden, die Umwelt verändert sich, Einflussfaktoren. Wir sehen es ja aktuell in der Nachhaltigkeitsdiskussion beispielsweise, dass sich Einstellungen von Lesern ändern, dass sich Einstellungen von Gesellschaften ändern. Natürlich hat es einen Einfluss auf meinen Algorithmus, wie ich in Zukunft über das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz vielleicht berichte, so wie es auf den einzelnen Menschen einen Einfluss hat. Und ich bleibe dabei, die Maschine ist ein Abbild eines sehr guten Redakteurs. Also muss er sein eigenes Abbild, seine eigene Meinung, die Dinge, die sich bei ihm verändern, eben auch im Algorithmus einarbeiten. Lernen, lernen, lernen. Vielen Dank für das Interview. Ich danke sehr. Wieder was gelernt. Super. 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 Super.